Yo Leute, was geht da? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich einen neuen Auftrag von Widerstand, Woche 3 und zwar die erste Phase. Etabliere eine Gerätverbindung in der Nähe von Camp Cuddle und Tidjonisys. Einmal 23.000 XP und dann würde ich sagen sehen uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich Leute. Leute, es gibt auf jeden Fall wieder die alte Sniper und zwar die schweres Scharfschutzgewehr. So zieht sie einmal aus. Also auf jeden Fall macht die 180 Headshots und sie sieht jetzt auch. Die ladet echt lange nach. Also die ist wieder im Spiel, wollte ich nur euch, also ich wollte euch nur mal kurz Bescheid geben. Ja Leute, ich bin auf der Karte ganz genau hier, bei Tidjonisys ganz genau hier, unter dem Botechner. Auf jeden Fall erste Phase abgeschlossen und direkt zu der zweite Phase und zwar zerstöre Gebäude über einem Datenempfänger und hol dir dann, dann seine Daten. Einmal 23.000 XP und es ist auf jeden Fall hier in Tidjonisys. Also hier ist auf jeden Fall und dann sehen wir, also hier direkt in diesem Haus, ist hier ein Datenempfänger. Einmal kaputt machen. Also. Okay, wir warten mal und jetzt machen wir. Okay, passiert mal nichts und jetzt, ähm, wir sehen uns einfach gleich wieder. Ja Leute, hier sind wir wieder, hier ist auf jeden Fall bei euch der Datenempfänger. Ja, ihr müsst einfach das Dach hier auf jeden Fall kaputt machen und dann könnt ihr ihn auf jeden Fall einsammeln. Und somit habt ihr, haben wir auf jeden Fall den Auftrag abgeschlossen. Und ich hoffe, das Video hat euch zukünftig gefallen. Lasst gerne einen Like, abonniert gerne meinen Kanal. Lasst die Glocke, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und ich würde dann sagen, das war es schon mit dem Video. Und ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal Leute. Tschüss, tschüss.